Und so endete der erste Tag meines zweiten Semesters auf St.Pitcherations. Willkommen zurück zu Let's Play Hard to Fold Boyfriend. Es ist Sonntag, morgen. Und das Video muss Sonntagabend da sein. Und es ist groß. Oh halt. Ah ja gut, die Uhr liegt hier. 10 Uhr 53. Äh, 8, 28. 20? Ne, halt. 18. Genau. Denn das letzte Mal die Zeit war schon ganz in Ordnung. Das heißt, es sind keine halbstündigen Parts, sondern 25-minütige. Und auf 53 rauf, das ist doch 8. Und dann bleiben noch 20. 18, ja, okay. Also bis 18 nach. Gut. Ich bin auch eventuell noch nicht so ganz wach. Also wenn meine Stimme gleich etwas monoton wird, dann tut mir das leid. Oh, Hoko-san has time only for track team. Das ist gut. What about you, Shirogane? A foolish question. I already hold the position here. Also hold a position here. Oh, that's right. You became student president when you were admitted. Das heißt, wenn man admitted. Nepotism. Oh, don't we get to vote? Just coming to school is enough for me. If you have to take care of your mother on your own and all. Hmm, I wonder what I should do. Es ist unsere erste Entscheidung. Ich habe beim ersten Mal das hier gewählt. Halt wegen dieser Vogel oder dem Vogelherr, der dort war. Ich gehe mal hier hin. There's everyone, isn't it? Have fun. Ich wäre gerne wieder denselben Weg eingeschlagen. Aber ich würde auch gerne erstmal sehen, was sonst so passiert. Today is an elective day. What should I do? Mathe, Sport oder Musik? Ich hatte oft Musik und Mathe genommen. Halt weil er immer gesagt hat, dass unsere Testergebnisse sehr schlecht waren. Hm. Sonst würde ich vielleicht immer Mathe nehmen? Wir probieren das mal. Und jedenfalls mache ich erstmal kurz das Fenster zu. Weil ich feststelle, dass da draußen Gräuche sind. Äh. Nehmen wir immer Mathe. Mal go. Mr. Nanaki dozed off as usual. But class was somehow good anyway. I feel smarter already. Okay. Meine Weisheit hat sich um 5 erhöht. Ich finde es ein bisschen gemein, dass sie die auf 1 stehen haben. Aber in Ordnung. Ich glaube heute werde ich richtig scheiße klingen. Irgendwie ist meine Nase leicht zu. I was pretty sure I wanted to join it. But what does the council do again? We skipped the vote and I think it's only Sequoia and me. Anyway, he called a meeting. So to the council room I go. Okay. Diese Passage kenne ich also noch nicht. This looks like a CEO's office. Naturally. Do you think I would stink for anything less? Hi Sequoia. So you had this done? Hm. This room needed to be filthy. Better suited to rabbits than to us. What a prick. Have you decided which position you will take? I get to choose? Who is there to choose for you? Dump Japanese. Hey. Aren't you Japanese too, Sequoia? Da. Daher wusste ich das. Weil ich das damals bei Pete's Meat gesehen habe. Weil das ein Bestrafungsvideo war. Und ich dachte mir. Hä? Das Spiel ist doch voll geil. Warum Bestrafung? Und er hat da auch diesen Weg eingeschlagen. Und anscheinend konnte ich mir das merken. Also erst Franzose. A French noble bird? That sounds delicious. I guess I have to pick a post now. I think I'll be the... Ja. Tim. Vizepräsident. Äh. Hat das was mit Finanzdingen zu tun? Weil Treasurer ist doch der Schatz. Clerk. Äh. Ich hab nichts gegen Vizepräsident. Oder? Mich um die Einnahmen kümmern. Was für Einnahmen? Denn es existieren noch gar keine Einnahmen. Okay. You wish to be my right wing? Haha. You've got nerve. I like that. Oh. I think I just got bonded with him. Äh. With. Gosh. He looks pretty happy right now. And so I became vice president of the student council. Apropos Vizepräsident. Und ich glaub das ist der der mich gerade verarscht hat bei Saints Row 4. Ich bin schon bei 83%. Hab's bald auf 100%. Dann kann ich ja endlich aufhören das zu suchten und mal daran denken Videos früher hochzuladen. So wie das gestern was sehr spät kam. Ihr müsst das gestern unbedingt anschauen in den Jigoku Kisetsukan Part. Auch wenn ihr denkt ihr habt da schon viel gesehen. Dieser Bosskampf. Der war einfach nur wow. Okay. Das war schon ein ganz schön dueles Video. Ah. Sitting at home is so relaxing. Oh. Tomorrow is the class hike. Should I prepare anything? We won't be going fast. So I don't have to... Well. Health thirst. I think I have some you don't and go to sleep. Hm. Today is the hike. I've stopped for a break on the hillside. Who should I talk to? Okay. Wir können uns aussuchen zwischen Ryota, unserem Freund. Sakuya. Von dem wir jetzt die rechte Hand sind. Sun. Das würde mich ja schon interessieren. Und Kazuaki? Nanaki ist der Nachname. Wer ist das? Ist das diese mysteriöse Vogelperson? Ich habe das letzte Mal mich relativ normal gehalten, so wie ich es auch tun würde, und habe Ryota ausgewählt, aber ich würde richtig gerne mal zu Sun gehen. Und deshalb schauen wir da mal vorbei. I wonder where Oko-san went. I haven't seen him since we stopped here. Coco! It's not here. The pudding is not here. Ja, warum sollte der pudding auch hier sein? It's missing? Did you bring it to eat for lunch? No, Oko-san believed that wonderful pudding could be found on hikes. Is there a kind of pudding that lives in the mud? Oko-san will now search elsewhere for the pudding. And he's gone. What kind of pudding is he looking for anyway? Bestimmt vor den einen richtigen. Today is an elective day, what should I do? Ich werde jetzt wirklich mal nur in Mathe rein investieren. Mal schauen, ob ich dann wirklich gute Ergebnisse liefern kann. I'm not getting this at all. Hm, maybe you should review the basics a little more, look. Yes, sir. Ok. Das hat mich am Anfang immer verwirrt. Ich muss noch einmal klicken, damit dieser Text wiederkommt. Und dann warte ich immer. Hm, passiert nichts. Naja, gut. I imagine you're all well aware, but the sports festival is right around the corner. Please think about what you will do. Sports festival is seasoned already? Huh. If it were in the fall, it would conflict with the cultural festival, so it's always been in May. Ah ja, we are on the 16.05. What are you going to do, Ryota? I haven't decided, but probably the three-legged race. Somebody has to. Oko-san will handle the marathon. Indeed he will. You'll do have a lot of stamina, Oko-san. What about you, Sakuya? You can't possibly be expecting me to run in some race, can you? It's a sports festival. If there's an event that doesn't involve running, how about being a cheerleader? Das ist eine verdammt gute Idee, muss ich sagen. The general, in the other words, very well. Leave it to me. Um, I don't think that's... Ja, sprech dich aus. Also the first eight team is always short-handed, so I'm sure they could use help if anybody still can't decide. That's all for today. Was? Er ist nicht eingeschlafen? Wow. Ryota is doing the three-legged race. Oko-san is running the marathon and Sakuya is a cheerleader. Yuya might be running the first eight tent. What should I do? I haven't... I have to think about it. Today is a sports festival. I never did make up my mind. What should I do? Go to the... Ah, that's right. That's the last time I did. Because I just wanted to spend a lot of time with this type. But let's do the three-legged race. Oh, are you joining us? Want to run together? I haven't found a partner yet. Ok. Get set. Go! Ryota is running for both of us. Pairing up a bird and a primit might have been a bad idea. We somehow came in... Second. Anyway. Though. As we are in the second. We have brought Horner to our class. That's what counts. Yeah, maybe it's what these people wanted to see there. The people who brought me up... ...getouted. The first barrier for all students who make it this far will... ...the midterm exam. Also the half-year exam. We are getting them back today. I don't think I did too well. Yeah, I don't think I did too well. Lock. Yes? You worked hard. Keep going like that and you will be then just fine. One day you could... ...sure pass me. I'd love to see that. I guess I did pretty well after all. Mr. Naki seems happy with me too. Yay. Was? Was? Oh. Okay. Also ich war es zweimal hintereinander gewohnt, dass er mir immer sagt... ...ja, ich denke du hast es nicht so schlecht gemacht. Und ich dann so... ...was? Wirklich? Und er dann wieder so... ...oh, halt doch. Ja, du hast es komplett vermasselt. Und darauf wollte ich mich jetzt eigentlich auch schon einstellen. Wow. Hardworking ist also immer richtig. Wie zum Beispiel... ...das war auch wie bei... ...ich weiß, wie hieß denn das Spiel? One Chance? Das ist so ein Online-Browser, den... ...also so ein Online-Browser kam, das hat ein PewDiePie mal vorgestellt... ...und auch Kato's Zone neulich erst. Und da hat man halt nur eine Chance und die Lösung ist einfach jeden Tag... ...an die Arbeit zu gehen und ein Problem für diesen Virus zu finden. Ja, also immer dranbleiben. Hm, today's a good day. I feel like I'm shining. I wonder what I should do... ...during break. Jetzt, jetzt kann ich das doch mal machen. Oh, ich kann gar nicht. Store? Was ist denn da? Infirmary? So ein Krankzimmer? Oh ja, los komm, lass mal ein bisschen mehr Psycho machen. Also in der Cafeteria war ich das letzte Mal. Da gab's eine Schlägerei mit Oko-san, weil Ryota Pudding essen wollte. Und ihr könntet euch denken, wie Ryota darauf reagiert hat. Na gut. Diese Streitereien wollen wir nicht. Lass mal vorbeischauen. You again? Are you ill? Ich werd ihn gern so ein bisschen Psycho sprechen, aber ich hab keine Angst, wie ich dann klinge. Ähm, not exactly. Then why are you here? Weil ich genau wissen wollte, was du sagst. I came here to... I wanted to hear your voice. My voice? Yes. Yes. You sound like... Snufkin? And... Um... Don't tell me you came here just for that. Would it be bad if I did? You're even stranger than I had thought. I'm fascinated. How'd I love to experiment on you. Also, Erdank des Hoops. Schade. Sadly, I'm busy at... I am busy at present. Please go elsewhere. Okay. I got kicked out. A guest being told I'm interesting is a step in the right direction. Or is it? Ah, cool. This is an elective day, what should I do? Ah, yeah. Immer schön in Mathe rein investieren. I always find myself wondering what the math we're learning is good for. Cool! Oh! Selbst Oko-san schläft mal. Irgendwann muss diese angestarrte Energie auch mal raus. And now we can draw a line... ...perpendicular to the... Is this math class or nap time? Also, Nickor-Stündchen. Naja, egal. Wir haben trotzdem... ...5 mehr Erfahrungseinheit bekommen. Schauen wir kurz auf die Uhr. Ah, noch 8 Minuten. Today's is Tanabata. Ah, ja, genau. There's probably a bamboo tree in the plaza this year too. I think I'll go make a wish. Ah, ja, genau. Die Stelle fand ich dann ziemlich berührend so zum ersten Mal. Wo es versuchte ernster zu worden. Wow, there's lots here already. Anybody I know? May mother stay healthy this year. And may my stomach get better, Ryota. Also, dass seine... ...ob seine Mutter gesund bleiben kann das Jahr. Und ob sein Magen besser werden kann. Okay. Impossible n'est pas français. Sakuya le bel. Äh... Unmöglich... ...nicht sein französisch. Äh... Es ist unmöglich nicht Franzose zu sein. Okay. Was bedeutet das? Ich weiß nicht warum, aber ich glaube das ist von Oko-san. Ah. Morning Conference on 10th. Leave 30 minutes early. Buy another alarm clock. May I wake up on time. Nanaki. Wednesday is garbage day. Remember. Wow, so viele dieses Mal. Da hatte ich das letzte Mal gar nicht so viel. Just who will be granting my wish. And now... Äh... And how? Okay. What should I wish for? Die Welt bei... Also... Mit... 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 Macht erobern. Die Welt von den Schatten heraus... Regieren. Oder ein berühmter Künstler werden. Ich muss sagen, ich finde das ein sehr dummes... Ausweisschema. Ich weiß ja gar nicht wie genau ich eigentlich bin. Ich habe mich bisher nur mit anderen unterhalten. Aber wie bin ich eigentlich? Das wäre cool, wenn man da mal so ein Feedback zu kriegen würde. Das letzte Mal habe ich das genommen. Mal schauen, was passiert. Ich hoffe, wir kriegen die gleiche Person... Wenn wir... Nein, ich wollte das mittlere. I wish to crush all oppositing that rises before me and rule the world. Äh... With an iron fist. Das wollte ich gar nicht. Oh, hello. Is that you luck? Ah ja, okay. Wir kriegen den selben. Ach, er war das... Er ist mit Nanaki. Dann verwechsel ich das immer. Oh... You should be careful out this late. It can be... Dangerous for a girl, you know. I was about to head home. Would you like me to talk... To walk... Like me to walk you to your place. Uh... Um... Ja, bitte. Yes, please. Alright. Mr Nanaki demonstrated some extreme sleeping on the way home. But we arrived eventually. Das ist er schläft während des Fliegens. Extreme sleeping. So hardcore schlafen unter schwermbedingungen. Your house is very rustic, look. I like it this way. It's wonderful to have a place to come back to, isn't it? Wonderful indeed. And at that point, I wondered at the first time. I asked myself if he doesn't have a place where he can go back. He looks a little sad. Um... Sir... See you tomorrow. Don't forget your homework. Er hat nicht mal einer auf. Okay. And so he left. Uh... And somehow howling... A hollow sounding farewell echoing behind me. Or was it just me... Imagination? Is there jemand? Ne. Okay. Gut. Es wäre es ja gewesen, mir jetzt schon jemand interrupted. Schon der elfte siebte. Wow. Geht schnell. Today is an elective day. What should I do? Attend. Oh! Ich hab durch das Sportsdingens auch Vitality dazu gekriegt. Also Vitality. Äh... Charisma könnte ich hier nächst vielleicht auch einmal machen. Um... Sir... How will integral calculus help us in life? Hm... Hard to say. It might never help you at all. Look. But only studying things that help you in life is tiresome. Think of it as educational candy. Integral calculus is additional candy. I'm not prepared to accept this. Ja. Ich glaube, so waren viele andere auch Dinge. I'll be leveled up. Yay! Mensch, ich bin ja schon ein richtig schlaues Damenwesen. Oh, bestimmt werde ich jetzt nicht mehr umgebracht. Ich bin mir 100% sicher, dass die mich nicht mehr umbringen. Today's the last day. It's been a semester already. Am 20.07 schon? Hä? Aber ist das nicht nur so vierteljährig wie ich es mir dachte? Sometimes it seemed... Long and sometimes it seemed short. But either way, it's summer now. Ich hoffe, ich darf wieder den Job machen. I think Sequoia said to help him clean the council room before going home. He always gets angry if I make him wait. So I should hurry. You are late. I came as fast as I could. Sorry, Sequoia. Let's start cleaning. Very well. First move the shelf and chairs. There's dust underneath. Okay. Next inside the cupboard. Arrange the files by date. Okay. And then the floor. Polish it at least at the... Was? And the window... Hold on. You're telling me to do all that by myself? Who else is there? You bonehead! Why was there that lion sound? Was it from me or from him? Maybe I should stand up to him? Ah. You help too. Yeah, that's find ich wichtig. Sequoia, I'm the vice president, not the charwoman. Is that so? No. My job is to help you. So maybe you should be taking the lead role in cleaning up. And that's why I'm giving your orders. No. Jeez. That's not what I... Here's a mob. Work. I... You... What? You now... You know how to use it, right? Let's get started. Don't tell me you've never... Of course not. Talk about living in the lab of luxury. And so, Sequoia reluctantly helped me clean. I thought he might complain for a while, but he certainly can be... Obedent... Er... Ob... Obedained? Keine Ahnung. Now then, the sooner we finish, the sooner we get to go home. Okay. Perfekt. Ich würde noch auf ein Abschnittsende warten. Okay. Dann würde ich sagen, das kommt als nächstes und ich hoffe wirklich, ich werde denselben Weg gehen wie beim letzten Mal, wenn ich kann. Wenn mir jetzt ein Job angeboten wird. Und damit bedanke ich mich erstmal fürs Zusehen. Und würde sagen, wir speichern. Okay. Also... Es könnte ja das nächste Mal schon spannend werden. Wo ich finde, die Story bis jetzt eigentlich auch schon ganz cool. Vor allen Dingen habe ich jetzt mal wieder Sachen gesehen, die ich noch nicht kannte. Für mich komme ich jetzt schon in eine neue Perspektive rein. Und das finde ich ganz cool. Also... Bis zum nächsten Mal. Tschau. 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 Tschau.